willkommen beim spezialisten für grillspieße aus edelstahl grillspieße aus edelstahl sind sehr robust und langlebig rosten nicht sind lebensmittelneutral und sehr sehr einfach zu reinigen unsere spieße erhalten sie in unterschiedlichen längen stärken und bauarten grundsätzlich sind die spieße ausgestattet mit einem holzgriff der sie vor verbrennungen schützt unsere drei millimeter vierkant spieße eignen sich insbesondere für die zubereitung von schaschlik souvlaki und vegetarischen spießen der grillspieß poseidon ist ein so genannter dreizack spieß und sorgt für sicheren halt des grillgutes dieser eignet sich insbesondere für weiche grillspezialitäten wie zum beispiel gehacktes fisch tomaten pilze und tofu den grillspieß mit einer stärke von 8 mm erhalten sie in den längen 50 70 90 und 100 cm dieser eignet sich insbesondere für die zubereitung von grillspezialitäten wie hähnchen spieß braten und schurrasco grillklammern aus edelstahl sorgen für sicheren halt auf dem grillspieß und selbstverständlich bieten wir für alle grillspieße auch die passenden grillgeräte an bis zum beispiel Besuchen Sie einfach unsere Webseite unter www.spies-grill.de